Musik Mein Name ist Sarah Dorsum. Ich bin 27 Jahre alt, spiele beim VfL Wolfsburg. Mein Bolzplatz früher war auch wirklich ein Bolzplatz. Die Person, die den Ball hatte, war der König oder die Königin. Mein Name ist Felicitas Rauch. Ich bin 23 Jahre alt. Mein Bolzplatz früher war ein Bolzplatz neben dem Käfig. Ich habe mich da mit meinen Jungs getroffen. Sarah Dorsum kenne ich von der Nationalmannschaft. Jetzt kicken wir zusammen beim VfL Wolfsburg. Warst du das einzige Mädchen bei dir? Ich war das einzige Mädchen. Haben die dich sofort respektiert oder musst du dir das alles erarbeiten? Dann dachten die erst mal so, Mädchen, giftig. Gab es denn nie so Rivalität? Die hatten ja immer eine große Klappe. Also in einem bestimmten Alter ist es ja dann so, ja Mädchen, ich bin schneller und ich bin besser. Und dann haben wir immer gesagt, nee, komm, wir machen ein Wettrennen. Und dann habe ich immer gewonnen. Ich habe immer auf dem Flügel gespielt. Wusste, dass ich da flink sein muss, schnell sein muss. Und habe dann auch einfach mal einen umgehauen. Mal ein Zeichen gesetzt. Mal ein Zeichen gesetzt. Und die Jungs aus meinem Team haben mich natürlich gefeiert. Ich habe nur so am Rande mitbekommen, dass du der Presse einfach auch erst mal erklären musstest, wie dein Nachnamen überhaupt richtig ausgesprochen wird. Woher nimmst du dann das Selbstvertrauen, einfach zu sagen, Leute, ich heiß so und so und nicht so und so? Ja, erst mal hat das für mich immer was mit Respekt zu tun. Zu wissen, wie jemand heißt. Wenn man weiß, dass ich Dorson ausgesprochen werde, finde ich es relativ einfach. Und ich bestehe auch darauf, dass man Dorson sagt. Das ist für mich einfach mein Name. Ich weiß gar nicht, wie ich fragen soll, wie sagt man das bei dir denn? Wo kommst du her? Du siehst ja ein bisschen anders aus. Du siehst ja ein bisschen ausländisch aus. Du siehst jetzt nicht so deutsch aus. Wo kommst du denn her? Ich bin in Köln geboren. Das sage ich auch immer. Aber ich muss halt schon immer fragen, meinst du, wo ich gebürtig herkomme? Oder wo meine Eltern herkommen? Und dann kommt immer beides. Und dann ist die Antwort, dass mein Papa aus dem Iran kommt. Meine Mutter aus der Türkei. Ich komme aus Deutschland. Zum Beispiel werde ich oft gefragt, werden wir die Hymne singen aus der Nationalmannschaft? Du singst sie mit? Ich sing sie mit. Ich sing sie voller Stolz mit. Die Frage hat sich mir nie gestellt. Ich bin stolz, Teil der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Ich bin aber auch stolz darauf, Eltern mit Migrationshintergrund zu haben. Ich bin sicher,panzeiomo. Ich bin knapp. Du singst sie mit.